Ach, dein Charakter, dein Commander meinst du okay? Der Commander und meine Basis. Und als nächstes kommt dann der Otter dran. Schau mal so, ich hab da schon ein bisschen AD, die schicke ich euch jetzt mal da runter. Ja, das ist ganz okay. Der Otter ist tot. ā ā a a a a a b 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 Der ist auch tot. Aber nicht verzagen, ich habe noch meinen Commander. Und einen Konstruktor. Das war's für mich. Also das ganze untere Land ist irgendwie nicht mehr in unserer Kontrolle. Und Dex, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich da ein paar Blueprints bei dir in der Basis einsetze. Was machst du? Ein paar Blueprints bei dir in der Basis einbauen. So, okay. T2-Unit detectiert. So, okay. Jetzt wird's hier schwierig, ich profiziere. Jetzt wird's schwierig? Entschuldigung, der war gut. So, mit Metall, ich brauche tierisch Metall. Ja, ja. Nein. Kann ich nachvollziehen. Ich würde dir gerne mehr Metall geben, aber ich habe Minus 28 derzeit. Metall extractor, lost. Das war's. Ich verliere auch ständig Metallextraktoren und ich frage mich wo. Ah, bei dir oben sind Einheiten, da wo dein Commander rumsteht, trahid. Ah, cool. Ja, und das sind die Metallextraktoren, die du verlierst. So, ich versuche jetzt gleich mal wieder ein wenig was beizubringen. So, ich versuche jetzt mal wieder zu tragen. So, ich versuche jetzt mal wieder ein wenig was beizubringen. So, ich versuche jetzt mal wieder ein wenig was. So, ich versuche jetzt mal wieder ein wenig was zu tun. Ich versuche jetzt mal wieder ein wenig was zu tun, und in der Matalle wieder angeht. Also, ich versucheaaaaanne. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir müssen nur auf, beim Metall-Extrafter wieder abzubauen. Ich glaube, es zackt hier. Okay, jetzt kannst du den Metall-Extraktor weiter abbauen. Jetzt kann ich nämlich die Pferdeidiger. Die Pferdeidiger. Ja, dass der verschwunden ist. Nee, ich hätte eigentlich gedacht, der andere geht erst zu werden. Aber jetzt ist er auch kaputt. Okay. 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 So, muss ich wieder unterstützen. So, die hier. Wuhu, ich habe Kampfeinheiten. Kratzt, Zulatztion. Zwei Peelens. Oh, wow. Oh, ist ein Schritt vier? Nein. Drei. Fünf. Oh, die da unten sind auch ein paar. Okay, ich nehme es zurück. Ich habe ein paar mehr. So. Ja, das war eine Flying Fortress. Die du abgeschossen hast, die er geschickt hat. Ja. Ja. Die Anti-Aerionats-Premier-Anzugung. Ich habe zu spät gesehen. Sorry. Die da unten bin. Er hat keinen Metall-Extraktur. Du brauchst mehr Metall-Extrakturen oder erweiterte. Schlimm ist, wenn das ETA eine Zahl ist, die er nicht mehr anzeigen kann, oder? Ja, dann passiert da, glaube ich, relativ wenig. Würde ich mal behaupten. Aber davon ganz, ganz viel. Also mit zwei Einheiten gleichzeitig kommen zu, aber ich habe jetzt aber nicht gewettet. Das ist jetzt doch groß. Okay. Opa... Halt. 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 Ach, das ist es doch. Drahid von Norden nähert sich manchmal auch ein bisschen Gegner. Hauptsächlich Flieger und im Moment gerade Flieger. Okay. Da sind zwei Gunships gerade. Also Dex, für dich von Süden. Ja. Metal Extractor lost. Radar lost ist nicht gut. Nee. Normalerweise nicht. Äh, ja, du hast da eine Einheit, die direkt, ähm, auf deiner Basis zielt. Genau da. Ich glaube, sie hatten festgestellt, dass du da ein kräftiges Loch drin hast. Deiner Verteidigung. Und ich könnte es nicht schließen. Ja, du hast keine Verteidigung vollkommen richtig gesehen. Also? Ich hoffe, sie hilft, es heilt die comentarios. Bios Guertziker! Und ich liebe deceitigahe. Töne K работу. Cons격 Erl synd der Gerarda. An-нов barriers drücken am silence desbrüchers. Töne Knot kritisch. Er wird sein. So, so, so. Da hin, hieb ich da aus.